Hallihallo und herzlich willkommen heute zu einer Streamaufnahme. Wir hatten am Anfang ein paar technische Schwierigkeiten, deswegen ist hier ein bisschen was weggecuttet, aber am Ende ging es dann doch irgendwie. Wir haben auch immer wieder zwischendurch Cuts drin, weil leider das Spiel immer mal asynchron geworden ist für uns. Da gab es dann Verbindungsschwierigkeiten, die leider Felix und der Lumi, die hier mitspielen, also vor allem mit Felix dann ein bisschen ein paar Spielzüge versaut haben, weil plötzlich Krieg in seinem Land war, gegen den er sich nicht verteidigt hat einen Monat lang und solche Sachen. Das war ein bisschen blöd, aber ich hatte zumindest insgesamt Spaß, ich hoffe ihr habt auch mit dem Video Spaß und ich habe es ja ein bisschen zurechtgecuttet. Viel Spaß damit und ich habe viel zu viel Spaß gesagt. Verarscht, von wegen, jeder kann die Pause wieder aufheben. Der Horst kann die Pause... Ich habe jetzt plötzlich einen Ehepartner und auch einen Spieler erben. Wo kommen die denn jetzt her? Also einen Ehepartner habe ich auch, das ist korrekt. Und ich habe auch ein Kind. Aber das ist wahrscheinlich ein Mädchen und die Jungs erben deine Sachen. Also Peter Konradina klingt nicht nach... Keine Ahnung, da habt ihr noch was ausgewürfelt? Keine Ahnung. Das würfelt manche Eigenschaften noch aus. Eine sächsische Frau, geil, die nehme ich. Jeder Horst kann das. So, ich muss es mal kurz gucken. Lehrerratsposten. Darum muss ich mich auch kümmern. Ich habe... Moment mal. Hast du noch Pause, ne? Ja, ja. Oh Gott, ich habe auch... Jo. Oh Gott. Ich brauche dringend erstmal hier mehr Champions. Oh, euer Suffraganbischof billigt euch nicht. Achso, das ist das nächste, ne? Wenn du, Lumi, wenn du rechts auf dein Rad klickst, der rechts oben hast du immer deinen geistlichen Begleiter nenn ich es mal. Den solltest du irgendwie dazu bringen, dass er dich mag. Also, durch Beeinflussung zum Beispiel. Genau, du kannst aber rechts klicken und beeinflussen. Das ist auch nichts, was irgendwie negativ dir ausgelegt wird. Das ist so ein... Aber... Äh? Du musst... Du brauchst doch kein Geld und den zu beeinflussen. Ich habe keine Geld dafür. Rechtsklick beeinflussen. Du brauchst kein Gold dafür. Rechtsklick beeinflussen. Du sollst nicht Geschenk schicken. Du sollst beeinflussen klicken. Das ist kostenlos. Braucht bloß Zeit. Geschenk... Das ist aber ein Komplott bei 62% Wahrscheinlichkeit. Ja, aber das ist kein Komplott, was dann negativ ausgelegt wird. Das ist einfach so ein... Wenn... Das ist so ein öffentliches, positives Komplott. Du näherst dich dem an. Du suchst mit dem, Freunde zu werden, sozusagen. Oder ihm Honig ums Maul zu schmieren, würde ich mal so sagen. Genau. So. Du, was kann... Oh Gott, meine Ehefrau. Die ist auch noch keusch. Oh ne. Hast du gut ausgesucht? Die kann gar nichts aus, dass sie ein bisschen gelesen hat. Die hat drei Werte auf unter zwei... Also auf unter drei. Die hat null Kriegsführung, null Verwaltung. Die hat nicht mehr die Art, wie man den Haushalt führt. Und kein Renke-Spiel. Ich weiß grad gar nicht mehr, wo ich bin. Ach hier. Meine ist nachsichtig, großzügig und feige. Sehr schön. Aber das ist deutlich besser, um Kinder zu zeugen. Meine ist paranoid, keusch und faul. Come on. Geil. Hat sie gut ausgesucht. Die haben ihn überhaupt nicht ausgesucht. Die haben ihn gekriegt. Kannst du nicht mal Sex halten? Ich habe hier eine Heirat angeschoben und jetzt sehe ich aber den Partner nicht mehr. Moment, was kann ich eigentlich? Das liegt daran, dass die Pause noch nicht aufgehoben ist. Also solange Pause ist, werden die Anträge nur abgeschickt, aber die muss ja noch bestätigt werden, bevor das durchgeht. Stimmt. Dann solltest du dein Rad auffüllen, dann solltest du deinen Lebensweg wählen. Dein Lebensmantel. Das sind so die ersten Sachen. Das ist auch oben an der Spitze, oben an der Seite markiert immer. Und bei derzeitiger Lage und sowas. Was sind die Sachen eigentlich? Ich glaube, bei derzeitiger Lage ist immer das Wichtige. Keinen Lebensmantel ausgewählt. Was kann ich denn? Ich glaube, ich will nicht auf Bildung gehen oder so. Ich kriege da 10% mehr. Ich glaube, Verwaltung ist viel besser. Moment, was habe ich denn in der Bildung schon? Äh... Glaub ich. Meinung Klerus plus 10. Das war's. Wisch da was. Ich gehe einfach hier. Einnahmen, Verwaltung, Schwerpunkt auf Domäne, Schwerpunkt auf Pflicht. Was machst du denn eigentlich? Na gut, weil du homosexuell bist, nimmst du dann halt den... Ach du meinst, weil ich ja... Du nimmst einen Mann zum... Aber das ist selten der Fall. Und dann muss deine... Deine Religion das auch billigen. Sonst kannst du das nicht machen. Schauen, du sagst also Krieg, weil ich ja eh mehr Krieg führen muss. Ich dachte halt, ich baue jetzt nur meine Sachen aus. Aber stimmt, ich kann... Bin ja eh ein Stammes. Ich kann eh die Sachen nicht ausbauen. Das wäre Verwaltung, Quatsch. Werbung auf Strategie dann. Schreckenzuwachs. Schreckenzuwachs. Kontrollezuwachs. Kampfgeschick. Anziehungsmeinung. Kriegsführungerfahrung. Grundwert. Hm. Vorteil plus 5. Schlachtvorteil. Sorgt dafür, dass deiner Seite in der Schlacht mehr Schaden verursacht als die andere. Ritterlichkeit fast eher, wahr? Ach ne, das ist der... Befehl ist möglich gekottet. Also wenn ich dann Befehl führe, oder wat? Haben eh keine guten Ritter. Nehmen wir das. Ich glaube, man kann nur alle 5 Jahre den Schwerpunkt wechseln von dem Lebensweg. Das wäre vielleicht noch wichtig zu wissen. So. Und ich habe einen leeren Ratsposten, das weiß ich. Da will ich aber warten, bis die Leute kommen. Seid ihr denn soweit? Ne. Ne. Okay. Muss man auch noch mal im Kind Unterricht und keine Ahnung was alles zu gehen. Stimmt! Kind Unterricht. Guter Hinweis. Guter Hinweis. Die Dame kann nämlich noch nix. Haben wir irgendjemanden? Enjoy your stay. Hallihallo Jay Raver. Dankeschön für den Follow. Haben wir irgendjemanden an unserem Hof, der was kann? Komme ich noch gleich zu dem Lebensweg von dem Grafen? Links unten, über dein Porträt. Da sind so drei Pfeile nach oben. Oder halt dein ausgewählter Lebenswandel. Ah, da. Okay. Ränkespiel können die hier alle nur so... Oh, hier. Bogislav. Du könntest zum Beispiel... Du könntest meine Tochter unterrichten. Wenn ich was behaupten. Yay! Wir haben jemanden, der uns Fragen beantworten kann. Sehr gut. Dankeschön. Das wird dann kommen. Oder Diplomatie. Dass sie sie in Diplomatie unterrichten. Wie gut bin ich in Diplomatie? Nicht so gut. Könnten sie eine... Jo! Kaufmännisches Genie! Ich würde sagen, die lasse ich unterrichten. Hier, ähm, Kind unterrichten. Da. Ohm und... Vorschlag abschicken. Sehr gut. Können sie auch so... Hier ist ein... CK Pro im Chat. Der schaut nur den Stream nicht, sondern überwacht nur den Chat mit seinen Schwertchen. Ach Xan, aber du hörst uns ja nicht. Von daher... J-Ray wird Dankeschön für dein Angebot. Wir werden erstmal versuchen das zu spielen. Ich bin dann soweit. Irgendwo gab es auch eine Ansicht für Spieler, oder? Ah! Spieleransicht. Ja! Da sehen wir, wer wer ist hier. Wenn du rechts unten hast, du doch die Ansichten. Und aufs Plus klickst, kannst du auch Spieler auswählen. Dann siehst du, wer wo ist. Ah! Was ist denn für Fragen, wie man spielt? Ne, das nicht, aber... Wird mein Name eigentlich angezeigt bei dem kleinen Land? Ja, wird bei mir angezeigt. Siehst du doch auch, wie es angezeigt wird, wenn du rauszoomst. Apropos Land. Wir können hier... Ja, wenn ich rauszoome, zeigt es nicht. Ich muss weiter rein, damit ich meinen eigenen Namen sehen kann. Oh! Zebra... Zebraisch. Zebra. Umbenennen. Oberhäuptling von Zebra. Oh, ich hab noch nen Bruder. Das darf ich nicht umbenennen. So schwer das ist, anscheinend. Du hast noch nen Bruder? Ich hab überhaupt keine Familie. Ich hab... also ich hab... Ich hab literally keine Familie. Ich hab auch keine Eltern. Und keine Großeltern. Und keine Großeltern. Und keine Großeltern. Das existiert bei mir alles nicht. Ihr könnt ja noch... Ihr könnt ja noch andere hier... Besitztümer dann errichten. Äh, ich nicht. Ich bin ein Stammes Ding. Ich kann keine Besitzümer richten. Ja, meine... meine Regierungsform falsch ist. Ich hab in zwei Stunden ein Großkaiserreich geschaffen. Ja, das kommt stark drauf an, mit welcher Geschwindigkeit du spielst. Und das kommt stark drauf an, wie gut du das Spiel kennst. Und die Mechaniken, wie man dazu kommt. Ich hab in Nights of Honor in drei Tagen ganz Europa unterjocht. Okay. Bei der Frau kann ich jetzt irgendwie nicht viel machen, kann das sein? Warte mal kurz. Was, Blumi? Bei der Frau kann ich nicht viel machen. Nee, die Frau kann ich im Rat unterstützen. Dann kannst du auch auswählen, ob die dich einfach allgemein unterstützt oder in speziellen Dingen. Wenn die einen besonders hohen Wert in einem hat, wäre ein spezielles Ding sinnvoll. Äh, ansonsten ist die mehr oder weniger passiv einfach nur an deiner Seite. Die kann aber dein Kind zum Beispiel auch unterrichten. Ja? Du hast ja vor uns gesagt, Trichiziani ist hier Dresden. Das stimmt, weil... Denk ich. Wenn du... Das andere rechts daneben, dann kommst du in Bischofswerder raus. Ähm... Radeboil gibt's noch. Geil. Du hast 3000 Stunden in Crusader Kings 3. Ja, ähm... Hast du einen Job? Wir haben... Keine Ahnung. 0,5 Stunden. Ja, so ungefähr. Also, Lumi hat noch keine Stunde. Ich habe jetzt, glaube ich, effektiv gespielt. Vier oder so. Ja, ich habe ein Tutorial gemacht. Ich habe bestimmt mit der Zeit jetzt schon eine Stunde. Ja, mit dem jetzt hier... Ja. Ihr müsst übrigens sagen, wenn ihr fertig seid, wenn wir losgehen können. 4,5 Stunden sogar. Aber ich habe die meiste Zeit auch. Oh, ich... Mehrere Kritikler. Was anderes nebenher. Ja, ich habe auch. So, ich wäre bereit. Ihr seht übrigens auch oben, wenn ihr... Mit wem ihr Krieg machen könntet. Könnt ihr euch mit König Ludwig II den Krieg anfangen? Wenn ich würde. Ich hätte einen Anspruch. Ich könnte mit anderen Häuptlingen Krieg führen. Der Lies, bist du auch bereit? Ich bin bereit. Okay. Bereit, bereit, bereit. Moment, ich kann die Pause auch nicht aufheben mit Leertaste. Hä? Jetzt müssen wir sie alle irgendwie aufheben. Gemeinschaftlich. Wie kann ich in die Pause aufheben? Du doch einfach nachgucken hier. Moment, ich kann einfach hier auf Play drücken unten. Mach ich es halt so. Ich habe auf Play gedrückt rechts unten. Ja, ich kann nicht mit Leertaste passieren. Ich kann nur rechts unten, wenn ich drücke. Geil. Ich habe jetzt auf Stufe... Ich habe jetzt auf Königkeits 2 von 3. Soll ich das schneller machen? So, ich habe jetzt... Warte mal, ich habe jetzt eine Nachricht bekommen. Müssen wir jetzt jedes Mal reinplägen, oder? Ne, ich würde einfach auf 2 lassen. Das ist ein relativ langsamer Ablauf. Dann denke ich, kann man da noch ein bisschen lesen. Aber ich kann auch pausieren, wenn du es gerne möchtest. Ich habe jetzt eine Frau. Also ihr könnt nur rechts unten wieder starten. Wir haben einen Fehler, den du schon siehst. Es geht jetzt nicht darum, hier maximal perfekt zu spielen, Jay. Es geht darum, überhaupt ein bisschen zu spielen. Also wenn das ein Fehler ist, der einfach nur ist von... Es ist nicht optimal, dann... 3000 Stunden seit September. Das sind 15 Stunden am Tag. Klingt unrealistisch, wenn man arbeitet und schläft. Vielleicht... Es gibt ja auch Menschen, die von zu Hause aus arbeiten und hier nicht so viel zu tun haben. Und dann können sie halt zocken. Zum Beispiel... Meine ist nachsichtig, ehrgeizig und bescheiden. Habt ihr das mit den Keucheln so gesehen? Das ist bei meiner Frau so. Achso, und sie ist eine Glaubenskriegerin. Dann ist es problematisch, wenn du den falschen Glauben hast. Wenn sie ein gläubiger Eifacher ist. Kommt ja drauf an, was für ein Glauben. Wir kommen uns in die Quere. Das ist so ein bisschen angelegt, dass wir auch irgendwie miteinander interagieren. Wir wollten nicht komplett nebeneinander her spielen. Also, dass wir uns in die Quere kommen, ist einkalkuliert. Wir wollten uns nur nicht super früh in die Quere kommen. Wegen Kaiserreich. Ja, wir sind unterschiedlichen Reichen. Stimmt. Könnte sein, dass wir einen Gegner an den Krieg führen. Aber da stirbt man ja nicht direkt. Dann wird höchstens irgendwie zum Basalentum gezwungen. Oder ein bisschen eingekerkert oder so. Das geht ja trotzdem weiter. Meine Frau hat jetzt mein Glauben angenommen. So, Champion eingetroffen. Das ist natürlich auch eine Option, die einfach zu bekehren. An Hof rekrutieren. Verlangen. 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 So, der ist doch jetzt deutlich besser hier. Da. Perfekt. Also erstmal unsere Leute. Oh, innere Angelegenheiten. Achso, ein kleiner Hinweis. Herr Ratskanter sollte vielleicht erstmal auf innere Angelegenheiten stehen. Warum jetzt erstmal einen Kriegsrager? Soll ich das vielleicht sagen? Musst du mir nicht sagen. Moment, was ist mein Ratsverwalter jetzt weg? Ah! Warum kann ich mir kein Geld holen? Mein Ratsverwalter ist weg, weil ich doof bin. Weil ich den jetzt hier hin zum Ratsmauschal geschoben habe. Oh! Aber mein Ratsspitzel ist ja schon ziemlich nice. Gast an Hof eingetroffen. Champion ist eingetroffen. Ich will ihn rekrutieren. Ja. An Hof rekrutieren. Zuweisen. Da muss ich überhaupt mal einen Ratsverwalter haben. So. Kann auch schneller stellen, wenn ich das zu langsam ist hier aktuell noch. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Du könntest dich darum kümmern, wenn du genug Geld hast, was du wahrscheinlich noch nicht hast, irgendwie deine Gebäude auszubauen oder deine Städte auszubauen. Wie bitte? Habe ich schon geguckt, kann ich nicht machen. Das ist zu teuer, ne? Dann, wie gesagt, irgendwie Komplotte schmieden oder dir angucken, wer um dich rum ist, wer vielleicht sehr schwach ist, wer vielleicht keine Verbündeten hat, außer seinen Lebensherrn. Dann könntest du diese versuchen zu überfallen, wenn du genug Stärke hast. Apropos, könnte, wenn ich dann ein paar Champions habe, einfach mal gucken, ob ich Leute raiden kann, weil ich habe schon tausend Aufgebote. Zahlt fünf Anhof rekrutieren, deswegen. Habe ich mit 26 Kampfgeschick. Wollte ich da unten will ich eigentlich nicht haben. Ähm, wie macht man das denn jetzt? Moment. Der Drätschni? Der Drätschni habe ich nicht genommen. Fünften Kampfgeschick? Wovon das denn? Wenn er drei Kriegsführungen hat. What the fuck? Ah, das verstehe ich nicht ganz. Also, wie das Kampfgeschick zustande kommt, verstehe ich nicht immer. So, jetzt könnte ich theoretisch, also brauche ich, brauche ich einen Kriegsgrund, um jemanden als Räuber zu überfallen, oder kann ich einfach als Räuber überfallen? Ah, der hier hat zum Beispiel viel weniger und keine Verbünde, den kann ich einfach raiden, wa? Kann man das hinschieben? Kannst du das einfach jemanden an? Äh, ich raub dir einfach aus. Heute drei. 15. So viele Leute habe ich gar nicht. Wie raubt man denn jemanden aus? Äh, wenn du denn auf deine Armee klickst, auf dein Militär, dann habe ich die Option, alle meine Armee als Räuber ausheben. Ihr habt wahrscheinlich nur alle Armeen ausheben, weil ihr kein Stammes-Dingens habt. Wir können das Ohr anklicken, aber, ähm, ja. Also, ich habe nicht so viel. Ich habe gerade mit 740 versucht, jemanden auszurauben und bin sofort niedergeschlagen. Ach, du hast das schon. Ich habe nur alle Armeen ausheben. Ja, das zeigt's dicke Arna, aber du kannst auch auf alle als Räuber ausheben draufklicken, da passiert was. Ja. Habe ich aber gar nicht den Button. Mhm. Es gibt, äh, Regierungsformen, die das nicht können. Ach so, ja gut. Ich habe nur alle Armeen ausheben. Wir sind nämlich beide eine Stammes-Regierungsform, die ein bisschen anders funktioniert als die feudale Regierungsform von Lumi. Ach so. Oh, jetzt habe ich Räuber auf eurem Territorium. Ja, da kommt jemand anders und rated dich. Da kannst du deine Armee dagegen ausheben und versuchen, die wegzumachen. Ah, aber Pause. Pause. Es ging gerade runter vor neun Tagen, jetzt habe ich nur vier. Hm? Bis was? Bis sie mich ausgeraubt haben. Ja, die Frage ist, hat der Typ, der das gerade geschickt, hat deutlich mehr Truppen als du? Wenn ja, kannst du eh nicht viel dagegen tun. Wo sehe ich das? Ähm, guck, ich muss dir an... Was ist das für ne Gegend? Das ist Kratz, das ist ganz woanders. Haben die Wolken, bist du dir rüber geschickt? Ich glaube, ich muss mal auf Kratzen, ist mein Territorium angeblich. Moment mal, hast du nur rechts unten die Anzeige, dass du überfallen wirst oder ist wirklich jemand da? Ja, oben kommt Witt überfallen. Räuber aus Oberhäupt den Kotze sind auf eurem Territorium. Hebt eure Armee aus und besiegt sie in der Schlacht, um sie zum Plünder zu hindern. Ja, kannst du machen. Du musst aber gucken, ob das überhaupt realistisch ist, du die besiegst von der Anzahl her der Leute. Ja, aber wie sollen die denn da überhaupt hinkommen? Das ist am anderen Ende der Karte. Laufen? Kratz ist doch bei uns in der Nähe, oder? Wirst du mich verarschen? Moment. Ja, in vier Tagen von Hessen nach Bayern? Also, bei mir kann es solche fünf Monate dauern. Die Feindsichtigkeiten enden in fünf Monaten steht bei mir. Ja, ich habe noch vier Tage. Ich blickte Spiele nicht. Darf ich weitermachen? Wieso hast du, ja nee, warte doch mal. Wieso hat, wie, dann lass die jetzt eh mal ausrauben und beim nächsten Mal guckst du an, wenn jemand angreift, gehst du dann oben hier in das Militär? Ich verstehe sowieso nicht, warum die bei mir gemeldet werden. Das ist wirklich, das ist ganz woanders. Das gehört, guck ich, gar nicht zu mir. Wo ist denn Kratz? Moment. Man kann doch unten Titel finden. G.A.R.Z. Geh mal in Bayern rein. Kraftschaft Kratz. Wart gefunden. Das ist rechts unten. Die können schon realistisch zu dir hochgelaufen sein. So weit weg ist das nicht. Ich greife mich da unten an, Mann. Ihr hört mir auch nicht zu. Ben, die greifen unten in Bayern Gras an und Lumi kriegt das angezeigt. Ich greife die Burg unten an. Ich kriege Überfall auf Graz unten bei der Burg angezeigt. Nicht, dass Graz mich angreift. Sondern es steht Überfall auf ihr Territorium. Wird überfallen, Räuber aus Oberhäubt. Denn Kotze sind auf eurem Territorium. Und zwar überfallen die gerade Graz. Das ist vielleicht dann von deinem Lebensherrn oder sowas. Weil du zum Königreich gehörst. Das kann der eigentlich nicht sein. Also ich sehe ja unten bei Graz halt nichts. Ich sehe nur, wo es ist. Auswählen. Ich glaube, du könntest dich halt, wenn es da von deinem Lebensherrn ist, wenn du die besiegen würdest, würdest du da halt Ruhm bekommen, glaube ich. Achso. Na gut, okay. Dann mach mal weiter. Da kann ich wahrscheinlich eh nichts machen. Hier wird gerade geschrieben, Kriegsfolgen machen und Bogen schützen und leichtes Fuß folgen. Wäre wohl ja effektiv dagegen. Du kannst übrigens auch selber dann weitermachen, wenn du fertig bist. Bzw. ihr könnt auch selber pausieren. Einfach rechts unten auf Pause klicken. Ja. Jetzt kann nur Fähigkeiten wieder auflösen. Also ihr könnt es genauso pausieren wie ich. Entschuldigung, jetzt müssen wir auf 25 Sekunden. Nein, du kannst vorher aufheben. Ah, okay. Wer führe ich gut? Ach, ja. Vielleicht sollte du mir das dann machen, das Kriegsvolk. Ach so, die nur, wenn sie wirklich angegriffen wird, das kostet ja alles Geld. Auch wenn das nicht ausgehoben ist, wenn es einfach nur auf Abruf ist, kostet das ja auch Geld. Ey, jetzt steht da, die fallen wir können in fünf Monaten. Ja, dann war es ja immer ein bisschen so früh. Hä? Oh Gott. Champion eingetroffen. Oh Gott. 20. Oh, er brennt 11. Ich hatte, ich habe mir einen gefangenen. Geplünderte Beute. Jawohl. Ähm, wie kann ich die sich auflösen? Hier, auflösen. Wobei brauche ich eine Rechner gar nicht. Vielleicht will ich ja noch mehr plündern. ihr habt auch weniger heute 3 heute 15 auf geht's und wir haben einen gefangenen lösegeld fordern lösegeld fordern ihr seid nicht länger fettleibig ihr habt die fettleibigkeit verloren super ein kinder gedanken und ich wollte meinen ein champion exportieren auf geht's er ist eigentlich hier ist mit meiner armee der kommandant bogislav ratsmarschall von euch ich habe eine bessere dass wir fehlte aber vorteile j nicht ganz so optimiert denken wir spielen einfach mal werden schon mit kriegen eins probleme gibt denke das kann man dann später schon noch irgendwie kippen ich meine gibt ja immer leute die unten sind fertig ich habe gerade geguckt ob meine leute fertig sind mit mit plündern was aber jetzt wohl die nicht wirklich mich plündern war ich glaube sagt es will mir 600 leute wollen meine gegene 1000 plündern geht's noch scheinbar ich glaube sie sagt frühe schlacht vor dem rück zu wünschen stadt vor ort gibt rückzüge alles gewinnig haha hoffe ich zumindest mir gibt ganz schön auf die fresse direkt am anfang würde ich behaupten muss der mehr oder weniger permanent stehen lassen meine leute ist ja bitter der aber verbündete gegen den richter nicht ziehen kriege ich die beute beim ausrauben sofort gut geschrieben du musst auf dein eigenes territorium zurück also bloß aufs eigene territorium zurück ja dann gibt's kriegst du eine meldung dass du heute gekriegt hast ja 3 gold das gibt ja richtig viel du kannst vorher angucken wie viele beute du kriegst wenn du auf die städte klickst wieder beute als bloß drüber haben schon also kannst das vorher herausfinden wie viel es da gibt sind die befehls aber vorteile wichtiger oder die kriegskunst kampfgeschick 3 schrecklich ja ich gewinne schlagt sie mal selber ihren lockt sie kaputt und außerdem kriege ich kriegst du dann noch prestige dafür und sowas auch noch das ist bei mir schon relativ wichtig glaube ich und nicht bedeuten würde ich bedeuten dass ich auch dann noch eine stehende armee auf ihr bogenschützen holen kann zum beispiel ein leichtes fuß wenn die dort ist nicht mehr ein und kettet um ein lehrer ratsposten ratsmitglied ist verstorben nein das nicht ernst jetzt habe ich manchmal gut oder manchmal truppen in welchem zusammenhang das ist wieder ein krieg glaube ich mal hier ich bin nur im brand schatz und lass mich in ruhe ich hoffe ich gewinne das hier na ja sieht ganz gut aus aber im glück nach nur glaube ich keine leute mehr so richtig und das sind die die flüchten wollen ja ich habe ein kind meine frau hat ein kind geboren gebäck gebärt ich wurde geschlagen 500 meine 700 geschlagen die 770 nehmen man überhaupt nicht badge gott japan vollkoth facts atención aber habe ich meinen rogel Meine Ratsmitglied ist verstorben, denn ich habe das so blöd wie bei dir. Hast du immer noch eine Ratsposten? Ich habe doch gerade einen Ratskanzler hier an den Hof rekrutieren. Zuweisen. So, ob ich das schon wieder angegriffen werde. Hör auf damit. Was soll die Scheiße? Hab den Typ gerade eine übergebraten, hab den Schlag gewonnen. Der geht kurz irgendwo ein bisschen in die Ecke weinen, kommt wieder. Hä, wenn ich angegriffen werde, dann plündert der nicht mehr? Dann muss ich erst wieder zu mir zurück gehen und dann wieder hoch? Ne, du kannst einfach nochmal auf plündern drücken, eigentlich. Und jetzt werde ich sofort wieder angegriffen? Was ist denn das für ein Mist? Ich muss nur einen besten Befehlshaber haben. Ich hatte ja über 200 Truppen mehr. Das hängt von der Anzahl der Truppen ab, wie viel Gold du tragen kannst, wie viel Beute. Hm. Also große Armee, vier Beute. Wenn du mehrere Sachen... Bemerkenswerter Gast eingetroffen. Äh, Überfall beenden. Armee auflösen. Bemerkenswerter Gast, Stefan hat Erfahrung im Kampf. Ja. Pega-Taktiker, die legendäre Schwertmeister Logistiker. Und wie kann ich denn jetzt weiter räubern lassen? Du kannst nicht die gleiche Stadt mehrfach angreifen, ne? Du musst die Städte wechseln. Und die Sachen, die du auch ausraubst. Der innen, der kannst du ihn lassen, der greift mich ständig wieder an. Fünf. Sechs. So, was ist jetzt hier Alexander, der Unhorsam? Was? Er erhält die Eigenschaft Furtner. Er erhält die Eigenschaft Pionier. Meines Feind gegen ihn verwenden. Grandios. Er erhält die Eigenschaft Plünderer. Hä, warum kriege ich jetzt Haufen Verwundete? Kämpfe ich mit meinen Ratskanzlern gerade? Muss mal kurz pausieren. Äh, du kannst immer jemanden, der... Der von... Deinen Befehls habe, kann ein Ratskanzler sein, ja. Aber wenn du das nächste Mal pausern könntest, sag mir bitte... Ich mach Pause und... Okay. Soll ich weitermachen? Ich wollte... Aber... Entschuldigung. Ich wollte nur, dass ihr... Irgendwann, dass es nicht weitergeht. Naja, gut, ne. Pause brauchen wir nicht ansagen. Wenn, dann sag lieber anwende wieder. Moment, wem ist der? Achso, hier. Studierte Kriegsführung, Studierte Diplomatie, Studierte Verwaltung. Ach mal Studierte Verwaltung. Wie kann ich mit meiner Frau Kinder machen? Äh, durch Events. Zum Beispiel hatte ich gerade ein Event, dass sie meinte, ich bräuchte Unterstützung, ähm... In... In dem ich Bücher lese. Und dann hab ich die Option gehabt, ihr zu sagen, dass ihr anderen Leute besser studieren... Also beim Studium helfen soll, dann kriegen die bessere Werte. Oder, dass sie bei mir bleibt, dann hab ich sie beschlafen. Die andere Option ist, du machst Rechtsklick auf sie und machst Liebesdinge oder sowas. Im Bezieh. Also unter Persönlich, ne. Wenn du Rechtsklick machst, Persönlich gibt's Beeinflussung. Und dann gibt's zwei weitere und dann kannst du sie verführen oder Liebesdinge machen. Dann gibt's glaub ich auch die Option, dass du sie beschläfst, nennt sich das immer. Das ist eine Verführung außer ehelichen Verkehr mit ihr zu haben, ich bin nur mit ihr verheiratet. Ey, du... Die wird halt dann deine Affäre und das geht aber auch in der Ehe. Und da ist die Chance hoch, dass Kinder entstehen. Wenn ich das richtig im Kopf hab. Genau, zu einer Affäre zu machen. Ich weiß nicht, ob Affäre besser ist oder Seelengefährte an der Stelle. Also, man kann sie auch einfach mit Liebesdingen umwerben. Und damit ist es gut. Hab ich ne Erfolgschance von Null. Ich würde jetzt... Ja, dann sollst du es vielleicht nicht tun. Warte mal. Ich würde jetzt weiter Go machen. Warte mal. Warte mal. Ähm. Ich will mir eh grad Pause haben. Meine Frömmigkeit hat ja auch ein ganz anderes Symbol diesmal. What? Wieso kann man nur ein persönliches Komplott schmieden? Das ist ja voll lame. Ja, ein persönliches und ein aggressives sozusagen. So ein Mod-Komplott oder sowas kannst du noch nebenbei machen. Hier hab ich halt fast keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen gerade. Du müsstest wahrscheinlich dich bei deinen Nachbarn umschauen, bei deinen Mitvasallen. Und dann, wer relativ schwach ist und möglichst keine Verbündeten hat. Oder du schmiedest Bündnisse, indem du irgendwie deine Kinder... Ich bin stärker als ich. Und wenn ich anfange, mich bei anderen Leuten einzuschleiben, muss ich warten, weil ich ja immer nur bei einem irgendwie ein Komplott brauchen kann. Ja, du solltest dich... Du kannst aber auch ein Bündnis schmieden direkt, indem du irgendwie dein Kind verheiratest oder versprichst. Und dann kannst du, wenn du jemanden angreifst, mit Hilfe von Ruhm deine Verbündeten an... äh, mit in den Krieg rufen, die dann mit angreifen. Mhm. Und wenn du dann irgendwie einen Verbündeten hast, der drei, vier tausend Leute mannstark ist und der Gegner hat irgendwie tausend, dann musst du halt nur warten, bis dein Verbündeter auch mit dabei ist. Und du brauchst einen Kriegsgrund. Okay, ich mach dann weiter. Sprich, du könntest zum Beispiel im Rat deinem, deinem geistlichen Typ wie sagen, dass er einen Anspruch auf eine Gemeinde, die um dich, um dein Reichtum rum liegt, fingieren kann, wenn du keinen Anspruch hast. Also keinen Kriegsgrund. Keinen Anspruch irgendwie halt, das zu besitzen. Herzogtitel, Herzog Zebra gibt's jetzt. Moment, warum hab ich ein... Ja, bist du? Warum hab ich das nicht? Benja, hast du jetzt eigentlich schon einen Arzt der gesucht? Nö, hab ich noch nicht. Guter Hinweis. Einen Arzt suchen. Suche beginnen. Hast du Aluminium immer gezeigt, wie Arzt suchen geht? Äh, das sind unsere Reaktionen, unter Entscheidungen... Hast du einen Arzt? Du kannst ja trotzdem noch einen besseren suchen. Ähm... Hofarzt. Ich geh erst mal in Zwergen als Hofarzt. Ist das Tyrion Lannister mein Hofarzt, oder was? Ah, meine Frau ist schwanger, sehr schön. Oh Gott, die sind aber beide nicht so geil. Ich will nicht 50 Gold für den Typen bezahlen. Und ich will keinen faulen Hofarzt haben, das ist auch nicht besser. Und ich will keinen sadistischen Hofarzt haben, der ein Zwerg ist. Ich kann einfach unter meinen Höfligen gucken. Also irgendein von denen ein bisschen gebildet. Hier, 11. 11 und intelligent. Ratskanzler von euch. Wenn der Ratskanzler ist, darf ich nichts zum Hofarzt machen, oder? Hofarzt einsetzen. Auswirkung. Erhält 10 Gold. Wird Hofarzt. Meinung von euch. Hier. Ja, du kannst einen Ratskanzler Hofarzt machen. Einfach. So. Aber jetzt natürlich. Hab doch. Bist doch übel unterlegen, meinen Leuten. Wenn ich hier noch ein Kriegsvolk reagieren, mein leichtes Fußvolk aushebe. Alter, ich kann meine 12-jährige Tochter an einen 50-jährigen und an einen 4-jährigen versprechen. Oh. Ja, kannst du. Aber dann kannst du eventuelle Bündnisse schließen dadurch. Ich glaub, gleich geb ich erst mal meinen Neffen. Ich glaub, ich werd erst mal hier ne Jagd veranstalten. Lasset uns jagen gehen. Wenn ich nen... Ja, ich hab keinen Lehnzern, ne? Sehr gut. Wenn ich dann das Herzogtum hab, kann ich mein... Mit Gold mein Dingens steigern. Mein Ruf. Äh, meinen Titel. Beeindruckender Anblick. Tod vor mir. Tier. Ne, meine Gattin ist schon schwanger. Ich nehm das Gold. 50 Gold von der Jagd bekommen. Super. Also du kannst, wie gesagt, auch in den Entscheidungen für mehr Prestige und so Jagdveranstalten oder Festmahlveranstalten gegen Gold machen. Kriegt man eigentlich Prestige? Wie kriegt man Prestige? Durch, ähm, prestigeträchtige Ländereien besitzen. Ach so. Oder Kämpfen. Kämpfen. Und wenn ich da... Ja, wenn doch Sachen errichten. Ich darf ein Kriegslager zum Beispiel errichten. Oder Palisaden. Ja. Oder Märkte. Ich glaub ich, irgendwie musst du ja mal was um dich drum herum schaffen. Du hast 82 Volt. Ja. Kann ich, äh, mein Kind ausbilden? Ging das? Indem du rechtsklick auf Kind machst und Kind ausbilden. Beziehungsweise jemandem die Vormundschaft vorschlägst. Ah, da. Kind unterrichten mein ich. So. Und hier will ich den Krieg erklären, denn Herzogtum erobern. Dieses Herzogtum. Du hast keine Verbündeten, korrekt? Keine Verbündeten. Herzogtum erobern. Eure Ruhmstufe ist niedriger als Luster. Kraftschaft erobern. Wo ist das Problem, wenn eine Ruhmstufe niedriger als Luster ist? Ach so. Kostet es Frömmigkeit, wenn ich einen Krieg anfange? Was ist denn hier falsch gelaufen? Krieger klären. Ähm, bewegen. Äh, alle Armeen ausheben. Ich glaub ich werd wohl bald Dresden einnehmen. Ich muss mal kurz Krieg führen gegen meinen Nachbarn hier. Der hat nämlich fast keine Armee. Ich hab ne Tochter gekriegt. Was will ich denn mit ner Tochter? Ach, bei Aufgebote sieht man das immer, oder? Was? Oder Aufgebote? Wenn du den anklickst, siehst du das rechts einfach. Nicht spelt. Ja, bei Aufgebote, oder? Ähm, müsste deren Aufgebote sein, ja. Ja. Aber du siehst halt einfach die militärische Stärke so generell. Gefangen genommen. Wir haben den Gefangenen. Können wir von dem Lösegeld fordern? Wird nicht annehmen. Also nie. Freilassung verhandeln? Hm. Und wenn ich diese Kriegsregimente, ähm, genommen hab, na? Und dann auf alle Armeen ausheben gehen, dann wird das mit ausgehoben, oder? Ja. Du wirst halt alle Armeen ausheben, genau. Ja. Auch bei mir steht, die Aufgebote insgesamt sind das 450. Du, wenn du die gerade erst angelegt hast, müssen die noch aufgefüllt werden. Ach so. Es dauert eine Weile, bis die ihre volle Stärke erreichen. Ja, der muss schon wieder warten. Sechs Monate Belagerung. Moment, jetzt belagert der mich? Geht's noch? Acht Monate Belagerung. Sollte ich gewinnen. Belagere schneller als er. Baron intakt. Hat keine Belagerung. War alles aber ein bisschen. Ohne Köbel gegen uns kann in zwölf Monaten ein Ultimatum stellen. Äh, da gibt's ne Fraktion gegen dich. In irgendeiner Form. Hm. Ich weiß noch nicht, muss mal gucken, was die wollen. Achso, Lumi, das könntest du theoretisch auch machen, um Fraktionen gegen deinen Lebensherrn gründen. Hm. Ich will niedrigere Gemeindekontrolle. Achso, die wollen einfach nur, dass sie selber bestimmen können, wie viel Steuern sie erheben und sowas. Ja, mehr ist es gar nicht wahrscheinlich dann. Mein Boom sinkt. Meinst du eigentlich schon durch? Jagdveranstalten, Festmahlveranstalten. Da fehlt mir Geld für Festmahlveranstalten. Ey, ich brauch mehr Geld. Oh, meine Frau ist schwanger. Ich hab gar nichts gemacht. Wie kann ich die jetzt, äh, ausmerzen? Du weißt, die Fraktion? Du kannst durch den verhandeln, glaub ich. Oder du musst die Leute, die, die dir den Antragsteller unterstützen, ähm, sozusagen freundlich dir gesinnt machen. Hm. Ist zum Beispiel wichtig, dass du mächtige Vasallen unter dir häufig in deinem Rad hast, auch wenn die nicht die perfekten Werte haben dafür. Sonst wären die halt aufmüpfig, weil die sich dann nicht geehrt fühlen. Der müsste doch jetzt gleich keine, keine Belagerungsmacht mehr haben. Moment mal, kann ich nicht einfach? Albieren. Befehlshauber. Arztkanzler von euch, was soll das denn? So, dann kann ich dich jetzt irgendwo hinschicken? Oder schicke ich immer euch beide irgendwo hin? Mähn zusammenfassen. Umorganisieren. Nee. So, hier. Forderung erzwingen. Forderung erzwingen. Jawoll. Sind wir noch im Gefangenen? Jo. Löse Geld fordern. Bei der würde ich nicht annehmen? 25 Gold. Jawoll. So, dann werden wir jetzt mal den Krieger klären. Würde nicht annehmen. Aber dann habe ich wohl Gefangene, I guess. Auflösen. Hä? Auflösen. So, ich habe gerade meins schon ein bisschen erweitert. Hä? Jetzt zeigt er mir das ganz große Reich hier an. Ach, Dresden gehört zu dem ganz großen Reich mit dazu. Wenn du Dresden angreifst und das nicht dein Mitvasall ist, dann kann das sein, dass es... Wann mal, wo bist du? Gürlitz. Ja, dann ist es nicht. Das ist dann Teil des größeren Reichs. Was ist das? Ähm... Grafschaftern, oder? Oberhäuptling Radomir ist das. Lusatia ist das komplett, mit dem du dich anlegst, ja. Also, die haben schon einiges an... Ich glaube nicht, dass du dich mit irgendwie... Wie viel sind denn das? 2.000 Mann anlegen willst. Wäre so eine Vermutung. Aber ich kann hier auswählen Religionskrieg um Grafschaft. Ja, du kannst mit... Wenn die Gegend... Oder wenn der andere eine andere Religion hat, Nachbar, dann kannst du immer einen Religionskrieg starten, indem du Frömmigkeit opferst dafür. Geht nahezu immer. Bitte gibt's nicht mehr zu erbeuten. Da oben ist noch Freude. Aber überfallen kann ich den, oder was? Äh, ja. Dann wird sich aber auch nicht großartig gewehrt dagegen. So insgesamt. So wie ich das verstanden habe. Ich glaube mit 1.600 Mann als Räuber rum. Hehehe. Da wurde gerade schon geplündert. Da gibt's nichts zu plündern. Da gibt's auch nichts zu plündern. Ach, kommt schon. Als ob hier überall schon um mich herum geplündert wurde. Gold 19. Dahin gehen willst du nicht, Idiot. Ich will ja vorbeilaufen, wenn die sich hier prügeln. Jetzt geht's los. Kann ich nicht los? Kann ich nicht los? Kann ich noch nicht parkieren? war also ich versuche jetzt gerade was einzunehmen schön damit es mal voran geht ja unlängst was immer aus dem wichtigen fest und hände meine männer gefallen haben wir schon genug genommen direkt gold bekommen oder wird ja gut räuber kann man nicht räuber kann man nicht teilen zu sieben monate für den krieg habe ich nicht für die witterlichkeit meine meine frage gerade mehr niedrige gemeindekontrolle sollte man für die gemeindekontrolle hier so richtig gekriegt ja zwölf jahre brauche ich für die gemeindekontrolle herzlichen glückwunsch es dauert ein bisschen also bitte wieder hä wieso geht das nicht kannst du das nicht plündern will die beute haben da ist 15 beute die hier rumliegt will die haben macht er das jetzt und plündert nicht warum plünder denn nicht mehr das verstehe ich nicht das verstehe ich wirklich nicht ich bin jetzt im grund nicht mehr muss man wieder runter gehen und hier unten war doch irgendwo plündern konnten 8 2 19 mal dahin plündern kannst du mal kurz aber ich muss mal kurz pause machen dann hol ich mir was zu trinken kurz und gehen mal bei dummi gucken drüben die so ruhig sich noch darum schon eingeschlafen so da bin ich wieder von mir ist kommen die pause aufheben was renke spiel hat nichts mit nichts mit beeinflussen zu tun renke spiel hat was mit den negativen komplott zu tun wenn jemanden umbringen willst oder wenn du jemanden irgendwie ein geheimnis unterschieben bist was gar nicht passiert ist oder sowas die die bösen sachen was der ein slot für deine persönlichen komplott an und für sich die komplotte unterteilen sich in die in die persönlichen klarte und die und die aggressiven komplotte ja wir können wieder stoppen und die aggressiven komplotte sind renke spiel und die persönlichen komplottes diplomatie geil mein 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 innesdorf wird gerade belagert von 286 bauern gesetz hinzufügen also die geograf schaffen habe ich schon okay kann die gesetz hinzufügen skandinavier wahl tanz triwahl mögliche nachfolgerechte hüpplingstum von redaria das ist mein wasser jetzt liegt meine gräfin aber los ich habe ein kind geboren sind wieder schwanger da hast du eine relativ fruchtbare gräfin oder froh meine hat bis jetzt ein kind geboren nach dem kind was ich am anfang hatte und das ist gerade eine tochter die muss ich übrigens noch bedingelnden muss ich unterrichten Kind unterrichten Vorschlag abschicken Können wir aber eine verbündeten auch suchen gleichzeitig hier Jetzt bin ich gerade mit meinen Truppen nach Gürlitz runter weil das ja belagert wird Hauen die ab jetzt habe ich erst mal die schwächeren angegriffen die tun jetzt anscheinend weitermachen mit der belagerung Dann mache ich die anderen bauern von mir wieder platz Gewonnen mir endlose beute Für eine frömmigkeit Frömmigkeit ich will ehre und geld Ich habe mehr leute theoretisch und ich habe auch bogenschützen in dem fall Das ist irgendwie sehr ausgeglichen Hält habe ich das dort oben bekommen weil die unten aufstand gemacht haben oder war Ganz schön viel drauf Oh das wird ja knapp Aber wird doch für mich Oh was Unser Champion wurde verstümmelt Was Absolut Absolut Frechheit Handelsposten gebaut Ah sehr schön Oh ich bin schon auf illustre und ne ich bin dafür vorgetan meine Ruhmstufe die habe ich schon erhöht einmal jetzt Jetzt muss ich bloß da wieder belagern weil die scheiß bauern Teufel sich rebelliert haben gegen mich So ist das halt So ich werde mal hier Palisaden errichten auf jeden fall So falls ich hier irgendwie Benachbarte Herrscher gewann Krieg Okay Wom haben sie eigentlich Moment Bringt mir endlose Beute Komplett am Plündern hier 40 Gold das man nach Hause bringt Haha Oh da muss ich hoffentlich wegkommen von denen Da kommt nämlich was ein bisschen No No Don't mind me please Wom schon Hau ab Nee Scheiße Sorge 42 Gold Ach man Ach man Das ist nicht gut Ach fuck Da war ich zu gierig Was unsere Champion wurde erschlagen Euer Ratsmitglied ist verstorben Geplunde Beute verloren Ja 39 Gold verloren Damn it Da war ich zu gierig Moment Ratsmitglieder schlagen Hä Slavik ist verstorben Wir wurden ja schon neu besetzt Irritiert Na ja wir haben trotzdem Ich glaube ein bisschen Gold haben wir trotzdem bekommen Weil wir uns ja das immer direkt haben geben lassen Die 30, 60 Gold sollen trotzdem gewonnen haben Aufgebrachte Bauern Schmerzhafte Kontrolle Volksmeinung Zusammenwirkende Steinmetze Meine Meine Stadt hat gar nix Super Also verliere ich eigentlich Ehre permanent Wenn du ständig Raubzüge machst vielleicht Nee ich kriege ja Ehre durch Raubzüge Da verliere ich keine Das hilft mir sogar bei Ehre behalten Tatsächlich Festmahl Kommt ran von nah und fern Ich gebe ein Festmahl Zu Ehren meiner Königin Oh ich hab Ich hab ein weibliches Geistliches Ich hab noch ein Kind bekommen Einen Jungen Hier wird es auch drei Söne und ne Tochter Keiner will die heiraten in meinem Umfeld Das habe ich glaube ich auch so ein bisschen das Problem Bündnismächte ist irgendwie nicht so Interessante Gespräche Diplomative Bildung Und bei der Fürstbischof hier hat eine Ehepartnerin Anscheinend Das finde ich jetzt aber merkwürdig Damals war Katholizismus ein bisschen anders Damals war Katholizismus ein bisschen anders teilweise Ich bin krank Und wie kann ich jetzt das Ding einnehmen Was willst du einnehmen Ne ich hab grad hier Du musst den Krieg gewinnen Du hast rechts unten eine Kriegsanzeige Erst wenn das auf 100% ist Kannst du einen Anspruch durchsetzen Ha Okay Du musst nicht nur einnehmen Was du auch haben willst Sondern du musst meistens noch Äh Nur ins Schlachten gewinnen Gegen Gegner Da war ja Da war ja was Nachbarschaftskrieg entschieden Euer Nachbarhäubling Konstantin Ah Na guck mal Felix Da sind wir schon aufeinander Links oben bei dem du gerade eingenommen hast So ähm Berlin Ach da hast du die Stadt Berlin Ich würde äh Ben Wo Stamm von Berlin Das ist gerade die Stadt Die an dich angrenzt Und das was du gerade eingenommen hast Da ist die Stadt Berlin Dort Die hast du ja Ja Ben Ich würde gerne rechts oben Dieses Zipfelchen da nehmen Rechts oben dieses Zipfelchen Welches Zipfelchen Naja das was bei mir ran liegt Rechts oben Ist das so ne Das ist erstmal Okay Die Bauern preisen mich Für Glück Erstmal vor allen Dingen Ich mach die Tuben los Um mehr Geschenke einzusammeln Gemeindereinvestition Verbündete Todesverlust Wie können wir uns eigentlich als Verbündete eintragen Wir müssen ne Bündnis schließen Lass uns mal ne Bündnis schließen Aber ne So doof Wenn ihr irgendjemand angreifen müssen Wir dann dazukommen Sonst gibt's Minus Ja Deine Verteidigungsgehe Richtig dick sogar Traduzieren das mal hier Moment Moment Das ist doch jetzt Quatsch Wenn ich das auf Größe anhebe Ich stehe dann Unterhalt bei Nichtaushebung 0,1 pro Monat Das hat sich gerade um 0,7 geändert Bei der Größenreduktion Das ist doch Quatsch Das verstehe ich nicht Ähm Ich hab nur 300 aufgebote Champions Ich hab doch nicht nur 300 aufgebote Ich hab 900 und mir noch am regenerieren Was willst du von mir? Ich muss ja Das kotzt mich auch an Jedes mal muss ich die Armee offlösen Und dann wieder Krieg erklären Und dann erst neu ausheben Äh Du darfst keinen Krieg erklären Wenn die Armee ausgehoben ist Das ist korrekt Ja Das ist so ein bisschen Um deinem Knights of Honor Ding vorzubeugen Dass du schon direkt an der Grenze stehst Einfach überfällst Ich hab ja immer so gemacht Ich weiß Du hast genauso viele Ländereien wie die anderen Hm Äh hier Du bist dem ebenbürtig Dann bist du dort reingeritten Mit zwei Marschallen Hast dich wohl die Tore gestellt Krieger erklärt Ich bin hier dabei meine Kinder zu verheiraten Ja Können sie mit Bayern machen Vielleicht gar nicht so schlecht Ehepartner finden Mein Ratskanzler hat daran gearbeitet Benachbarte reich und was seien davon zu überzeugen Dass der Friedensvertrag Den ich mit Hölklingen von Lewes eingegangen bin Fehlerhaft, illegitim und ungerecht mir gegenüber ist Ich kann ihn also wieder angreifen Geil Warum sind denn die Bündnispartner so weit weg? Das ist ja übel Der ist ja richtig übel Der ist ja richtig übel Inspirierte Rekrutierung Mir fällt grad so ein Ich glaub das hier ist ein bisschen Ach ne der macht das Das ist so richtig Jupp Danke für das Bündnis Heirat arrangieren Heirat arrangieren Ah ne nicht Heirat arrangieren Quatsch Ehepartner finden muss man klicken Das ist wichtig Der ist schüchtern Da kommt doch dann nischt raus Ah da brauche ich wieder Prestige So n Scheiß ey Und die hab ich ne Dann mach mal ne Jagd oder sowas Da kriegst du jede Menge Prestige Jagd? Ja ne Jagd veranstalten Oh ich werd nen Krieg gerufen Ich hab grad nen Bündnis geschlossen und werd direkt den Krieg gerufen Ja läuft Ben Oh Jagt mal nach bei hier Entscheidungen oder? Ja Dann hab ich zumindest nen Grund für nen Krieg Äh hier alle Armeen ausheben Auf gehts Wo ist es? Moment wat? Oh Gott ist das weit weg Cool man kann sich sogar Ben Wir könnten sogar zum Feudalismus wechseln ne? Muss man vielleicht später irgendwann mal tun Hey Gib mir meine meine Armee Hier rüber laufen Die kann das sogar laufen ohne sie Abstriche Und dass sie an Größe verliert? The fuck? Hat glaub ich auch Vorteile Zu sein wie man ist aktuell Oh Gott 1800 Wo sind denn deine? Oh Kann ich Ich kann meinen Verbindungen wahrscheinlich in den Krieg rufen Verbindendes Feindes tritt den Krieg an Wie bitte? Wie macht man das mit dem Krieg erklären? Rechtsklick Krieg erklären Auf den mit dem du kämpfen willst Genau Da steht aber nix Ich hab da nur die Diplomatie und die Komplotte und sowas Naja Wenn du auf irgendjemanden klickst So rechtsklick Diplomatie Krieg erklären Der oberste Eintrag Und wenn das nie geht Dann musst du erst ähm Ein Komplott Also ein negatives Komplott dann gegen den machen Ne Wenn das nie geht Kannst du einfach deinem geistlichen sagen Dass er mal einen Anspruch fingieren soll Zum Beispiel Zum Beispiel Du hast keinen Grund mit dem dann zu kämpfen Ja Haha 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 Wenn kümmer dich mal um Lumi die ist total Ich weiss nicht, hat Lumi dir geholfen oder Bist du immer noch vor sich? Ich frage wo ich das machen kann Also du musst auf den Charakter gehen Dann kannst du rechtsklicken In den Rat gehen. Und dann hast du rechts oben ja deinen geistlichen Führer. Der hat drei Aktionen. Normalerweise macht er religiöse Beziehungen. Und die unterste ist Anspruch auf Gemeinde fingieren. Dann kannst du eine Gemeinde auswählen, wenn du das klickst. Wo siehst du denn da die Aktion? Das sind die Bilder, die links in dem Ratsding sind. In dem Ratsbild von den jeweiligen. Anspruch auf Gemeinde fingieren. Genau, das dauert dann seine Zeit. Das dauert dann seine Zeit. Ist unsere Grund? Ja. Wie kann ich meine Gemeinschaften Meine Grafschaft bekehren? Durch deinen geistlichen Führer. Was? Du wirst nicht mein Basal werden, Felix? Warum denn nicht? Ja, ich habe gerade oben die Anzeige gesehen und dachte mir so, was? Warum willst du nicht mein Basal werden, Felix? Ich habe den höheren Rang. Werd doch mein Basal. Ich gebe dir auch eine Berlin hier als... Zur Überprüfung. Was? Zur Überprüfung? Oder zur Überbrückung? Nee, dass du das dann verwalten darfst. Dann kriegst du Steuern von Berlin. Ich habe eine Hingabestufe erhalten. Wo kann ich denn eigentlich Steuern her? Kriegslager, Versammlungslager, Kontrolle, Zuwachs, Prestige. Märkte. Ich kriege halt wirklich nur von den Märkten. Mit den Jahren hinweg habe ich zahlreiche großartige Porträts verschiedener Edelfrauen aus diesem und anderen Ländern erhalten. Bisher sammelt ich in die... Vielleicht sollte ich sie herunterholen und mir eine neue romantische Errungenschaft auswählen. Ich habe jetzt die Wahl. Wenn ich jetzt... Ich könnte mir jemand Neues sehr gut vorstellen klicke, hole ich die Porträts hervor. Wenn ich sage, sie sind mir für meinen Geschmack zu protzig, bekomme ich fünf Jahre wählerisch bei der Partnersuche. Aber ich habe doch eine Frau. Tja, so ist das. Und habe ich mitbekommen, dass sie gestorben ist. Nee, du kannst aber eine neue aussuchen wahrscheinlich. Vielleicht kannst du mehrere Frauen haben. Okay, wann kann ich mir mal jemand Neues vorstellen? Ja, und meine Gräfin ist direkt wieder schwanger. Was denn da? Die wirft ein Kind nach dem anderen und ich sage, mir jetzt noch eine neue Frau. Wie viele Kinder will ich denn in die Welt setzen, ey? Wie sehe ich denn, wie groß ich bin? Wie groß du bist? Ja. Inwiefern wie groß du bist? Ich schreibe... Ich gehe jetzt die Porträts durch, die ich geschickt bekommen habe. Und die eine schreibt, dass ich nur antworten soll, wenn ich größer bin als sechs Fuß. Boah, das weiß ich. Du bist zumindest kein Zwerg. Von daher würde ich davon... Oder du bist aber auch nicht stattlich wahrscheinlich, oder? Das gibt... Keine Ahnung. Es gibt Eigenschaften dafür, wenn du groß oder hübsch bist und so ansehnlich und so was. Hä? Wenn du die nicht hast, bist du durchschnittlich. Ich verstehe hier eh eine Meldung nie. Wir kommen hier, ich kann jemanden einkerkern. Ja. Und das wird 100% erfolgreich sein, aber ich kann es nicht auswählen. Du brauchst einen Grund, jemanden einzukerkern. Ach nee, ihr habt das Gesetz ungleiche Stämme. Hä? Aber die ist bloß an meinem Hof. Willst du mich verkackern? Nö. Charaktere können nicht eingekerkert werden. Das ist ein Gesetz. Morgen kriegst du dann die Meldung! Hast du wohl die Meldung gemacht, dass die eingekerkert werden kann? Hm. Ich krieg auch von meinem Reichspriester keine Steuern? Achso, weil der keinen Tempel hat und sowas. Ja, dann ist... Warum will ich den denn überhaupt betören? Das ist mir vollkommen egal. Okay, ich krieg auch die ganze Zeit Angebote von Frauen, die verheiratet sind. Okay, das ist schräg. Das ist aber eher nach einer Affäre, die du suchst, anstatt nach einer wirklichen Ehepartnerin. Würde ich mal behaupten. Du suchst einfach eine Affäre. Hä? Bitte ein bisschen später entscheidend. Ich würde gerne nicht vor ihr alle wohnen. Hört ihr das mal zu... Äh, äh... Also mein Ratskanzler hat es irgendwie geschafft, ähm, beziehungsweise Nachbarn zu verbessern, dass der Häuptling, äh, schlag mich tot, na, vier Jahre alt, Anspruch auf das Häuptlingstum von Gürlitz hat. Ja. Ja, der hat dann gepatzt. Dann hast du einen schlechten Rats mit... Schlechtes Ratsmitglied ausgewählt, ja. Na, vorher hat er noch was Gutes gemacht. Wie hat... Das passiert manchmal. Im Hintergrund werden Würfel gewürfelt, sozusagen. Und da gibt's Sachen, die schlecht sind. Da gibt's Sachen, die gut sind, die passieren können. Ich beteilige mich erstmal hier an einem Krieg meiner Verbündeten, äh, wo ich eingeheiratet hab. Kaum eingeheiratet, schon eingezogen. Warum haben die eine 2700 Armee? Wo sind denn deine Leute? Das ist doch nicht... Das ist doch nicht... Riefe, die schreiben... An den tapferen Graf Berengar, eure dünnen Lippen sind wie eine haarige Katze. Ich dachte erst, ich würde mich einfach beleidigen und dann kommt aber... Alles in mir drängt mich, euch beim Schlafen zuzusehen, damit ich endlich die Tiefe eurer Liebe erkunden kann. Wir beide gehören zusammen. Jetzt muss ich irgendwie die... Ach, ich kann's dafür belagern, oder? Nein, du unkernest. Kann ich ihn ja nicht dazu voranlassen, zu uns zu kommen? Den Krieg hier gewinnen können? Okay, whatever. Was sind hier das nächste? Hä? Hier gibt's keine... Hier gibt's keine Städte mehr? Was ist denn hier los? Die nächste Städte ist da drüben? Oh Gott. Ist ja schon am Arsch der Welt. Yay, jetzt wird noch mal ne Tochter gekriegt. Ey, sei froh, du kriegst Kinder, ja? Damit kannst du Leute auf deine Seite bringen. Ich krieg keine Kinder. Aber das ist der beste Ratskanzler, den ich hab, sonst ist niemand so wirklich... Du kannst auch versuchen, noch mal... Keine Ahnung, Leute... Du kannst nur Champions holen, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Mein Ratsspitzel ist gestorben. Das ist natürlich kacke. Ein neues König. Ach, die Feudal-Lebensart annehmen. Er erfüllt nicht die Herausforderung. Eine der Regierungsformen, mit denen ihr Feudalismus annehmt. So, lauf mal hier zusammen. Mit meinem Bündnispartner. Oh, mein Kind ist krank. Oh, dann sollst du es pflegen. Ich glaub übrigens, tut nur das Nötigste, ist häufig ne gute Wahl. Kleiner Hinweis an dich. Wenn gefragt wird, ob der Arzt risikobehaftete Sachen machen soll. Leider nichts anklicken. Ja, okay. Dann kommt das... Achso, du hast hier kränklich oder sowas jetzt bekommen, ne? Das kommt wieder zurück. Der hat ändert sich wieder zurück. Ich will das verheiraten. Geil, den Moment. In dem Moment, wo ich in den Hof reinguck, stirbt jemand. Ich sollte nicht wieder in den Hof... Äh, ne. In, in... Was hab ich geguckt? In ein Rad hab ich reingeguckt. In dem Moment ist der Spitzel gestorben. Kriegslager. An dieser Baronie wird bereits gebaut? Achso, wir bauen immer noch die Palisaden, wahr? Wie lange dauert das noch? 30 Tage verbleibend. Ja. Ist ja natürlich ein bisschen spannend. Wie lange brauche ich denn noch, um die Kontrolle über die Gemeinde... 9 Jahre. Läuft bei dir. Oh Gott. Also, erobern mit Kontrolle ist echt nicht so easy. Ja, bei mir dauert es jetzt auch um Spree, weil das neu eingenommene brauche ich 9 Jahre. Einfache Palisaden in Brenner fertiggestellt. Sehr schön. Da würde ich mal so... Ups. Da darf ich ja nur noch Kriegslager errichten. What the fuck? I'm confused. Sorgsame Pflege. Märkte. Upgraden. Versorgungsschwelle. Was haben wir hier? Langhäuser. Ah, hier kriege ich Prestige. Ja, okay. Prestige ist nämlich ein bisschen knapp bei mir. Dann sparen wir nochmal ein bisschen. Ach, ich habe fast kein Gold. Ich müsste so dringend wieder Leute überfallen. Moment, hat er gestürmt? Oder warum geht das jetzt so schnell? Hey! Nicht abhauen! Wo willst du denn jetzt hin? Ich sag nicht, wir haust jetzt ab, weil wir hier 2.700 kommen. Wir haben doch nur noch 40 Tage zum... Der haut eiskalt ab, die Sau. Will auch nicht gefangen genommen werden. Der haut eiskalt ab, die Sau. Oh, oh. Oh, oh. Ah, nichts Schlimmes. Ich komme nicht rechtzeitig weg. Ach, komm schon. Es hat mich mein KI-Verbünder wieder verkauft, indem er einfach mit seinen 1000 Leuten wegrennt. Ach, Mann. Das ist bei dir. Das ist doch doof. Ja, so wie zu meiner Armee. Mit 800 Mann gegen 2000 anzutreten ist irgendwie nicht das Schlauste. Und wenn ein Höfling wurde gefangen genommen, hey. Das ist irgendwie blöd. Gut ausgeruht, ihr gewinnt. Ingabe. Komplotter Volkschance. Denn werde ich wacher stehen. Äh, hier. Gut ausgeruht. Gemeinschaft 20 Meinung von euch. Wo sind jetzt meine Leute hin? Da sind meine Leute hin. Das heißt, es sind nur 700. Ich habe dir 1400 geschickt. Und wo laufen die eigentlich hin? Die laufen ja Kilometer weit weg. Können wir nicht den Krieg einfach beenden, Herr Verbündeter? Ey, der ist nicht okay. Der nervt. Werde auch noch überfallen. Ich habe geguckt, wo meine Verbündeten sind. Ich erkläre den Krieg. Hebt ihr mehr aus und wird im gleichen Zug angegriffen, während ich nach oben läufe. Ja, danke für nix, ey. Nicht ausgeruht mit Truppen 0. Hm. Der muss mal wieder... Ich kann keinen Champions einladen. Dammit. Also ich habe schon geguckt, wo meine Verbündeten sind. Das Problem war nicht, wo die sind, sondern das Problem war, dass er einfach wegläuft. Wenn wir belagern. Wir hatten nur 40 Tage in der Belagerung und der rennt halt einfach weg. Weil er die Schlacht nicht eingehen wollte. Also ein unehrenhafter Mensch. Ja... Fraktion gegen euch, ihr geschaffen, ihr Römer. Oh, neu zuweisen. Werde immer noch überfallen. Nicht so viel Gold, ja. Meine Frau ist wieder schwanger. Gott hat uns gesegnet. Der rennt auch nur weg hier unten, ne? Ich meine, das geht auf Verbündeten, oder? Ja, Verbündeten wäre ich möglich. Wir lösen die auch mehr erst auf. Ich habe mich damit beteiligt. Das ist doch auch nicht wahr, ne? Du greifst... Ähm... Also ich habe einen Krieg erklärt. Der ist runter zu mir nach Lupskiya oder so gelaufen. Und greift jetzt meine Festung an. Ich habe den vor uns geschlagen. Dann ist er weggelaufen. Jetzt kam noch ein anderer dem zu Hilfe. Den mache ich gerade platt. Und jetzt ist der wieder unten zu meiner Festung gelaufen. Ich dachte, der tot ist tot. Ne, du besiegst... Du schlägst ihn nur in die Flucht zum großen Teil. Du besiegst nicht wirklich Menschen. Also irgendwie 80% oder so der Armeen überleben meistens. Wieso? Achso, wir sind verteidigend. 40%. Kriegspunkte durchgehaltene Ziele. Ah, ich hätte gar nicht angreifen müssen. Das ist ein Verteidigungskrieg. Ich bin ein Vollidiot. Deswegen läuft der weg. Der läuft einfach nur rum, um die Armeen zu beschäftigen. Weil über die Zeit gewinnt der natürlich den Krieg. Ja, never mind. So viel dazu? Leicht. Ja, seine Armee, die gerade mit 1000 Mann die ganze Zeit durch den Kreis läuft, wurde gerade geschnappt von den Gegnern. Und wird jetzt wahrscheinlich ziemlich platt gemacht. So wie das aussieht. Jupp. Wird ziemlich platt gemacht. Die Beritten sind halt bitter, ne? Oh, jetzt greif ich die Stadt an. Unser Champion wurde verwundet? What? Wieso ist mein Champion bei dem Kampf dabei? Das muss man erklären. Und wir werden schon wieder überfallen. Ey, das finde ich jetzt nicht okay, ja? Auch mal 1000, ey. Jetzt kommt ja aber hier größere Leute. Wer hat das geplündert? Hier ist mal wieder was zu plündern. Ich hab wieder schwanger. Ich muss meine Regimente sich regenerieren lassen. Verteidigend, verteidigend. Ja, die Leute auf jeden Fall direkt ausgehoben, ja. Dieser Unhold. Ich werde mich für diese Beleidigung rächen. Oh, das kommt wirklich ganz gut hin. Hier, der war's. Mit seinen 1100. Verbündet mit Häuptling Oldridge. Überfällt. Der überfällt halt direkt drei. Kann ich nicht mal ne Fraktion machen? Ach so, ich muss ein neues Königreich dann gründen oder so ein Kram, ne? Aber ist das nervig, ey. Ich will doch nur das Ding einnehmen. Königreich Pommern zum Beispiel. Titel schaffen. Ihr benötigt Herzungstum, Titel 2. Dijurkraftschaften. Oder 17 von 63 Dijurkraftschaften besitzt. Oh, du musst die Hälfte haben, um den Titel zu schaffen. Also, um die Optionen zu haben, haben, können, tun. Und ich wollte hier den... Wollte ich den Handelsposten erhöhen? Oder die Langhallen? Die Langhallen wollte ich erhöhen, wa? 110 brauchen wir dafür. Acht Jahre Bauzeit. Im Bauen sind die echt nicht gut. Im Bauen sind sie nicht gut. Ein Sohn. Gott gab uns einen Sohn. Gelobt sei der Gott. Geh hier noch ne Reiterei ausheben? Wahrscheinlich schon, ne? Um bisschen Abwechslung reinzukriegen, ja. Was? Was für die Müden? Besser Truppenmoral. Lasst uns unsere Zelte vor der Burg aufschlagen. Höchste Zeit, dass wir uns ausruhen. Warten sicher Schätze auf uns. Besser Truppenmoral. Bringt mir was? Urteil plus 2. Schätze. Oh, Dunkelheit. Haben... Was? Haben mich meinen Ängsten gestellt. Bringt mir das? Kampfgeschick. Anspannungszuwachs. Minus. Ich brauch Gold. Hab den Guten. Gute Gold bekommen. So. Was? Liebesdinge. Hunde und Katzen. Eine schlaue Katze wird sie glücklich machen. Ein treuer Hund wäre ein hoher Gefälle. Hallo? Natürlich ein Hund. Hallo? Hier werden keine Katzen verschenkt an meine... Hat grad jemand pausiert? Ne. Aber wir haben auf 2 gestellt aus irgendeinem Grund. Ne auf 1. Irgendeinem Grund auf 1 gestellt. Der Speed. Der Speed ist auf 3 gestellt. Bei mir steht auf 1 der Speed. Moment. Ich hab jetzt auf 2 gestellt und jetzt mach ich weiter. Ich hatte kurz pausiert gerade. Aber es steht immer wieder auf 1 bei mir. Wie geschwindet? Spiel hat sich aufgehangen. Spiel hat sich aufgehangen? Spiel hat sich aufgehangen? Spiel hat sich aufgehangen. Jetzt geht es weiter, okay? Wie kann ich eine Aufgabe machen? Du musst auf den Kampf klicken und dann kannst du es glaube ich im Detail angucken. Ja, aber wie kann ich... Ach hier. Ne, zurückgehen. Kann ich einen aufgeben? Du musst auf den Kampf klicken. Und dann hast du unten in der Mitte so ein Menü. Also hast du ein Spattens. Ich weiß nicht, ich hab noch nie einen Kampf aufgegeben. Weil lustigerweise verliere ich gerade, obwohl ich vorhin gewonnen hatte. Es passiert manchmal. Ne, ich hätte vor uns gewonnen, also... Also du hast den Kampf gewonnen bei dir vorhin? Nein, ich hab vorhin... Hatte ich den Kampf, ne? Bevor das jetzt hier abgebrochen ist. Ich kann nur noch weiter vorher laden, glaube ich. Aber ich glaube das... Ne, das... Das ist einfach. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich halt echt Ehre brauch. Brauch ich nicht irgendwas... Achso, ich durfte nix bauen für Ehre, ne? Ich muss hier Sachen für Ehre bauen. Was bringt mir Ehre? Hier. Kontrollzuwachs, Versammlungshallen, errichten. Schau mal hier direkt auch noch. Brauch mehr Ehre. Nochmal kurz stoppen. Bitte. Mach doch selber. Ja, ich hab's jetzt nicht so schnell. Ich war noch auf Leertaste. Ne, Leertaste geht nicht. Im Multiplayer. Kannst du eigentlich einstellen? Jetzt hab ich hier überhaupt keine... Ach hier Einstellungen. Kann man... Kann man... Ne, du kannst die... Geil. Ich greife gleich einer an. Der hat einfach mal 2000 Aushebung. Ich glaube ich bin am Arsch. Greif der dich denn in einem Krieg an? Oder greift der dich einfach nur im Sinne von der Räuber dich aus an? Ne, ich wollte hier eine andere Grafschaft einnehmen. Und anscheinend gehörte das aber jetzt noch wieder zu was anderem. Und die haben noch einen... Der hat einfach vielleicht ein anderes Bündnis geschmiedet. In der kurzen Zeit. Ja. Parony van Damme. Und mit wem kommst du? Verteilung gegen Bretislav. Ich wollte jetzt gegen Lebus rantreten. Und Lebus gehört jetzt aber lustigerweise noch zu Cedinia oder so. Weil das wird im roten groß zusammen angezeigt. Und da hängt noch Jutrok oder so mit da dran. Lupsko seh ich nur. Cedinia und Lupsko. Bist du noch Zebra oder? Ja, Moment. Lebus. Und Cedinia. Na und unter dir, unter dem A von Zebra ist noch Jutrik Bock. Den kannst du bei mir aber nicht. Glaub ich. Oder verteidigend. Ach doch, verteidigend, ja. Der hat 800 und der andere Seite hat 1000. Du hast ja zwei Seiten jetzt aufgemacht irgendwie. Du hast zwei unterschiedliche Kriege. Du hast einen Angriffskrieg und einen Verteidigungskrieg. Naja, der tut mich ja angreifen. Weil wegen... Der hat einen Anspruch auf Spreewald, glaube ich. Kann das sein? Ne. Keine Ahnung. Ne, der hat einfach ein Bündnis mit hier... Ne, wo ist? Ich hab grad einen Brief reinbekommen. So, ich will den auch schlafen. Der Häuptling Bretislav? Ist ja überhaupt kein Bündnis bei mir mit denen. I'm confused. Einmal really, 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 really confused. Gibt's wieder was zu plündern? Von meinen Nachbarn? Die sind alle geplündert, wa? Schlechte Bildungswert... Ach, come on. Danke, meine Frau. Danke. Da wurde mir grade Frömmigkeit abgezogen. Und jetzt hab ich Frömmigkeit wiederbekommen. Oh, hier ist wieder 15 Gold zu plündern. 1.300 soll ich das doch schaffen. Oh. Wem kennst du grade? Verteidigen häuptlich Hockra. Geil, wenn Armeen in dem Teil sind, wo du bist, können keine Armeen ausgehoben werden. Wir sind im Krieg. Ich kann dich als Räuber ausheben. Ja. Nooo. Ich will aus dem Krieg raus. Tja, das geht nicht. Och, wenn du ein Verbündeter... Da kann ich jetzt nicht räubern in meinem Umfeld. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Und ich hab überhaupt nix davon mit ihrem Verteidigungskrieg da unten irgendwo in der Pose-Mucke da. Den sie immer noch langsam gewinnen. Ich werd grad platt gemacht. Jetzt komm ich langsam rein. Jetzt kackt ihr beide ab, oder was? Das ist... Ist nicht ganz so schlimm, bin ich der Meinung. Mit der Zeit kommt... Reguliert sich das auch wieder. Du kannst zurückkommen. Ich... In einem Spielchen, in dem ich ein bisschen gespielt hatte, wurde ich relativ früh direkt mal gefangen genommen einfach. Und bin dann trotzdem zurückgekommen. So, jetzt mein Ratsmarschall ist tot. Angsthaft. Noch wieder. Ah... 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 Kann ich mir neue Champions einladen? Nein, kann ich nicht. Oh, Mann. Jetzt hab ich einen absoluten Affen da als Ratsmarschall drinsitzen. Äh... Ich hab mal 44 Leute, ey. Das ist... Ich hatte vorher mal 1000. Jetzt hab ich nix mehr hier. Ja. Dann musst du halt mal wieder ein bisschen regenerieren. Kann's ja nicht permanent im Krieg schulen. Wenn man eingekrept wird, ist das bestimmt möglich, Ben. Dann musst du dir Verbündnisse suchen. Hm... So schnell. Ich hab mein Sohn nicht unterrichtet. Ich bin ein Vollidiot. Wie alt ist der? Wie soll ich außerdem... Wie soll... Wie soll ich jetzt außerdem so schnell einen Verbündeten finden? Jemanden verheiraten? Jemanden verheiraten? Das erklär mir mal. Hm... Ich hab da niemanden zum Verheiraten. Übrigens, äh... Auch bei dem Kampf... Im Kriegsführungszweig findet man, ähm... Unter Galant... Hilfe zu Liebesdingekomplott stärkern. Das ist nicht bloß... Ähm... Das basiert nicht bloß auf Diplomatie. Und du kannst jetzt zum Beispiel auch mit einer Frau von jemand anderem durchbrennen. Das geht theoretisch auch. So, hier wär ich aber noch nicht... Noch nicht vor... Dann wär ich noch nicht verheiraten. Weil ich nicht weiß, was er kriegt. Heindeslanzer mögen wir minus 15 Prozent. Kann ich denn noch was anderes machen? Äh... Ich kann ja wieder ne Jagd veranstalten dann, glaub ich. Das ist das Geld, der ist unglaublich. Ich räube mir das alter von meinem Nachbarn. Hallo, ich hab irgendwie vorhin mal 60 Gold einfach durch Raubzüge bekommen. Und meine Truppen kosten mich kein Gold, die kosten mich nur Prestige. Von daher kann ich das einfach als Goldgenerierung benutzen. Ich werd grad vom Allerfeinsten plattgemacht. Und ich kann nur nichts mehr aushängen. Wenn willst du mich unterstützen? Kann dir keinen Kriegsbeitritt anbieten, wenn wir null verbandelt sind. Was, da drei Kriege gleichzeitig. Naja, ich hab drei Leute, die grad gleichzeitig meine Zeug angreifen. Das war vorher nicht so vor mir hier. Wie gesagt, mach dir nicht so Gedanken. Das ist jetzt bloß ne schlechte Phase. Kann man aber von zurückkommen. Hä? Wenn ich nichts mehr hab, wie soll ich denn dann da wieder zurückkommen? Warum? Die haben kein Interesse daran, dich komplett auszuradieren. Ach, ich bin jetzt Vasall? Ja, du wirst dann Vasall oder sowas. Ja, und dann musste ich halt erst im Vasallentum durchschlagen. Toll. Will ich denn das? Ja. Wir lassen dem noch gar nicht am Hof bleiben. Oh, auf einmal verlier ich auch den Verteidigungskrieg, weil sie jetzt Schlachten gewonnen haben. Hm, und weil sie das Ziel nicht mehr halten. Ja, das könnte jetzt, das könnte so ein Krieg zumindest mal vorbeigehen. Das ist aber auch ein Krieg von 1000, 100 gegen 2000. Wie schafft ihr es zu verlieren? Hm? Moment mal, weil ich mitzähle, ne? Und ich hab irgendwie 800 und du hast im Prinzip kaum Truppen mehr. Also mein, mein Verbündeter, der hat halt seine Armee komplett nicht unter Kontrolle. Wenn ich da hingelaufen bin, ist aber glaube ich der Krieg vorbei. Kann ich auch nur einen Teil meiner Truppen ausheben? Ist das machbar? Wenn ich hier jemanden vergebe. Oh, ich kann meine, meine Gehöfte und sowas auch vergeben. Okay. Achtung, du unversinnlichen Oberhäuptling von Zebra, ich führte euch auf unsere Bündnis zu ehren und gegen die tschechischen... What? 1300 Verbündet, verbündet, wie hast du denn? 460?! Oh Gott! Du hast ja nix! Gegen den! Mit wem redest du denn? Mit meinem KI-Verbündeten gerade. Die war irgendwie mal stärker, das Gefühl. Bin ich im zweiten Krieg reingezogen worden, weil ich verbündet habe. Toll, jetzt habe ich... An Lufthalia habe ich Spreewald verloren, super. Ja, weil er wahrscheinlich einen Anspruch durchgesetzt hat. Eroberung von Häuptlingstum von Senf. Darum geht's. Er hat einfach 2200 da rumlaufen. Wollte ich denn dagegen angehen? Wollte ich denn dagegen angehen? Wollte ich die... Oh fuck... Wollte ich Gold? Wir können die Söldnertruppen anheuern. Äh... Erzarmee zum Beispiel hier. Einfach mal 700 Leute. Lamanische Mietkling. Toll. Jetzt habe ich bloß noch... Einer. Ich kann euch nicht stärker für schon zwei Jahre unter Einnahmen. Wenn. Ja, aber damit wollen wir mehr oder weniger eh anfangen. Hm? Mit einem. Ich habe das Gefühl, du machst dir ein bisschen zu viel Gedanken. Du kannst trotzdem weiterspielen. Das funktioniert noch. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich habe gerade zwei Ländereien einfach mal verloren. Es kommt davon, wenn man aggressiv ist. Vor allen Dingen, das Reich, das hat sich ja gerade erst wieder neu gegründet. Losatia gab es vorher noch gar nicht. In dem Grund berechnet es immer den vollen Unterhalt habe ich das Gefühl. Und vor allem, wie soll ich jetzt auf 1233 Aufgebote kommen, um die militärische Stärke da erstmal zu kriegen? Du kannst dich auch... Ich bin ein bisschen langsamer. Nie so gierig. Würde ich sagen. Ja doch. Immer drauf. Ich greife am besten was von Zebra an. Nun versuch mal. Ich habe 1700. Mach mal. Gib mir einen Grund. Komm schon. Ich wollte dich zum Basalen machen. Dann hätte ich dich beschützen können. Aber du wolltest ja nicht mehr im Basal werden vorhin. Du bist da selber gerade im... ...sindhafter. Ich kriege ja haufenrode Meldungen, ey. Halt die Fresse. Sie sterben ja alle wie die Fliegen hier weg. Mal gucken wer noch im Rad ist. Fast keiner mehr. Ich bin bekannt für eine Hingabe an mein Glauben. Und der scheiß Ratibor hat echt überlebt, ey. Der hat halt auch relativ viel... Waschen hier los? Angreifen gegen Häuptling von Fradjilg. Einen Religionskrieg und... Was? Tchernigovische Eroberung. Ich würde einfach mal meine Leute ausheben und hinschicken, glaube ich. Oh, das kostet doch Gold, die Leute dahin zu schicken. Sieht wahrscheinlich von einer guten Ausbildung dank der Unterweisung von Oberhäuptling Miroslava. Oh, sehr gut. Hier fährt jemand auf der Elbe mit 2000 Mann auf dem Schiff rum. Was ist denn hier los? Ähm. Also Felix, ich kann dir sagen, dass die Lusazia links von dir auch gerade geradet werden mit 2000 Mann. Wenn dich das irgendwie aufmuntert. Da ist nämlich die Elbe zu Ende und da kamen gerade Räuber rein. So, jetzt laufen wir wieder über den halben Kontinent. Die können schon noch zu retten sein. Theoretisch. Wenn die halt mehr als mich als Verbündeten hätten. Ah, das war doch nicht gut geheiratet. Aber ich will den Ruhm haben eigentlich trotzdem. Ich will den Ruhm haben eigentlich. Ich sollte mich noch nicht selber als Herrführer nehmen. Das wäre ein Problem. Ja genau. Ich will mich nicht selber als Herrführer nehmen. Hier, Ratsverwalter, Ratskanzler, Ratsmarschall, Champion. Hier, Champion 20. Hat halt kaum Befehlshaber-Vorteile. Also der geistliche Führer an schlechten Bildungswerten. Ich werde dafür bestraft immer. Da liegen zu viele Truppen. Ja, die haben halt echt... Das sind 2.900 gegen 1.700. Das sind meine Truppen alle. Die einzigen, die hier noch kämpfen, sind meine Truppen. Wir drehen mal um. Streit im Lager. Lass den Auspeitschen für seinen Vergehen. Ich gehe Sachen mit was. Mitten in den Hinten des Streitsgesprächs. Während mehr als Zuschauer sie anfeuern. Kann sie beide auspeitschen lassen? Oder Diplomatierausforderungen. Ja, wir peitschen beide aus. Hier, ich wollte umdrehen. Chillt mal, Leute. Der Krieg ist nicht mein Krieg. Wenn ich da jetzt hier wieder da noch kämpfen kann, sehe ich das irgendwie nicht so an. Verbünde des Feindes drin im Krieg bei. Ach ja, fickt doch die Henne. 2.800 gegen 1.800. Ne, ne. Anscheinend ganz schön Spaß. Ich werde nicht von meinen, ich habe halt Verbündete gefunden, die mit irgendwie 500 Leuten versuchen, 3.000 zu besiegen. Ist irgendwie schief gelaufen bei denen. Braucht ihr noch zu bauen? 5 Jahre verbleibend. Die brauchen irgendwie, wie viele Jahre brauchen die einen langen Häuser zu bauen? 8 Jahre. Um ein paar Hüttchen zu bauen. Wie haben wir denn die Sachen geradet? Nooo. Ah, wen kann ich denn hier noch? Kann ich noch jemanden überfallen? Kann ich euch überfallen? 18 Gold. Und der hat fast nichts. Ich will den überfallen, aber ich bin im Krieg. Der hat 18 Gold da rumliegen. Ich bin froh, dass du überhaupt Leute überfallen kannst. Dafür kannst du einfach Städte bauen und sowas. Du kannst schon von deinem Gold sich nach und nach hocharbeiten. Ja. Nach und nach hocharbeiten ist gut. Ich brauche irgendwie 5 Jahre dafür, um genug Gold zu haben, um eine Jagdhütte zu bauen. Das ist korrekt. Und dann kommen so Sachen wie Marburg Wein. Wir brauchen Ressourcen für die Truppen. Hm. Das ist blöd. Auslösen. Liebesdinge, die Ehre einer Fürstin. Moment, bin ich immer noch bei Liebesdinge? Ich hab doch schon... Boah, ich bin immer... Hab das vergessen. Ach, Ben. Ah. Das unterhält sich noch mit dem... Ach so, ja, ich hab hier einen Rivalen. Entschuldigung von euch, zieht eure Klingen ihr Schandmaul. Besiegt Stefan im Duell. Ich hab den... Bula und meine Frau besiegt. Ich hab Ehre bekommen dafür. Matt, wir unterhalten uns an der Welt, die Herausforderung... Waffe und tauschen. Herausforderung angenommen. Kriegskunst, Lebenswandel. Er hat fünf Jahre Übungsstelle. Nein, lieber nicht. Doch, klar. Hier. Gib ihm. Im letzten Übungskampf, wenn ich beschwerfe, kann ich nicht mithalten. Das soll auswärts machen. Als Vorbereitung. Meine Paraden kommen nicht an. Wo Feiglinge ergeben sich? Dem Schicksal getrotzt. Mein Triumph ist so schnell niemand. Jawoll. Jetzt geschafft. Ich komme zu euch, mein Liebling. So, darf ich jetzt mal kurz das hier beenden? Ich find's irgendwie unmix... Hast du mich kippt oder eingeklagert? Habe ich was verpasst? Ja, beim Überfall vielleicht. Ihr habt 350 erhalten. Ein süßer Kuss ist die einzige Bedeutung, die mir zusteht. Wird eure Seelengefährte? Ja, meine Frau ist eine Seelengefährtin. Guckt mal einer an. Ähm... Ich glaube, ich will... Wer hat denn dich gerade geschröpft? Wer war denn das? Ist das von Lübeck? Ein herangewachsener Herrscher. Mein Sohn erhält dir die Eigenschaft herrsch. Ja, herzlichen Dank. Wer hat dich denn geschröpft? Lebensherr. Du bist doch der König. Herzog von Bruno. Beeinflussung. Oh Gott. Der ist noch nicht gut drin. Werden wir den Dornst noch beeinflussen? Wie sieht's mit meinen Vasallen aus? Ich hab keine Vasallen. Hm. Das sind wir nämlich an meinem Hof nicht so wirklich mag. Alle sind irgendwie von meinem Ruf eingeschüchtert. Wir sind alle verschreckt an meinem Hof. Außer meine Kinder haben alle Angst vor mir. Ach und den. Das war doch mein Ortsnarsis. Naja, den lass ich halt verkommen. Mal Gesetz verabschieden für die Stammesautorität. Ähm, puh. Ja, was machen wir denn jetzt als nächstes? Außer warten, dass wir hier Sachen gebaut haben. Vielleicht soll ich mich mal mit Chatschen ja gut stellen, wa? Beeinflussen. Ja, komplett schmieden. Ist mir eine Einladung gefolgt. Ja, ist aber nicht so gut. Unser Bettler. Niederlage. Wir haben den, ja. Wir haben den Krieg verloren. Ich hab aber 100 Ruhm bekommen, zumindest. Und seine Meinung ist gestiegen. Weil er uns beteiligt. Sehr gut. Wir sind ihm zu Hilfe gekommen. Äh, wird noch ein wenig Rast gewettet und sobald die Glocke das Ende des Nahkampfs eindeutet werden, wird es dann schon geöffnet. Heute reiten wir. Heute reiten wir ins Feld. Jetzt kann man das am Anfang tatsächlich ein bisschen schneller spielen von deinen Jahren. Ich kann auch auf drei Stellen. Ich weiß nicht, wie viel ihr zu tun habt. Geht so. Ich warte jetzt irgendwie nur bis die Komplotte abgelaufen sind und bis die Ich habe auf drei gestellt. Gebäude ein bisschen gebaut sind. Gerade ein bisschen falsch. Tja. Also Felix habe jetzt ein bisschen schneller gestellt. Verliert die Eigenschaft gerecht, er hält die Eigenschaft zynisch. Verliert die Eigenschaft gerecht, er hält die Eigenschaft maßvoll. Was? Vorzüge? Achso, schon wieder Vorzüge verfügbar. Ja. Ich bin irgendwie nicht so hübsch gerade. Ich habe ganz schön viel auf die Augen gekriegt. Achso, ich bin verletzt. Deswegen. Habe ich schon gerade gewundert. Wo haben wir hier einen besseren Champion? Kosten zumindest alles fast kein Gold, meine Champions. Da ist eine Pram. Ich habe keinen anderen Wunsch, euch in der Nähe zu haben. Ihr schmeichelt mir Fürstin. Oh, es gibt eine Fürstin, die mein Herz erobern will. Aha. Okay, jetzt würde ich es vielleicht mal langsamer machen. Ich kriege die ganze Zeit Nachrichten. Ja. Ich habe es langsamer gemacht wieder. Danke. Im Zweifel musst du es pausieren, wenn es zu viel ist auf einmal. Äh, wie steht denn das mit der Ehe? Heiratsart monogam. Ach, damnit. Ciao Benni. Kannst keinen Haar holen. Ein Fest mal auszurichten erhöht die Frömmigkeit. Uuuuuh. Gebäudebaukosten, Volksmeinheiten zum Moor. Ähm. Fest mal. Es fehlt 3 Gold. Ähm. Fest mal. Würde ich halt einfach nochmal ein Fest mal ausrichten, wa? Bauen kann ich eh nur in Kriegslager. Dass es mir noch einen Ritter geben würde. Ah, ich bin wieder geheilt. Sehr schön. 150er gesehen. Ich meine, Ratskanzler hat immer noch eine absolute Katastrophe. Ratsverwalter. Ne, Ratsverwalter ist er schon relativ gut. Aber hier müssen wir mal wechseln. Damit wir einen besseren Krieger haben. Äh. Was kannst du besonders gut? Eigentlich Bildung. Patronat, Ritterlichkeit, höfische Politik. Hilf mir an der Politik. Oh ne. Hilf mir doch nicht in der Politik. Hilf mir doch nicht in der Politik. Hilf mir doch nicht in der Politik, da kann ich meine Ländereien nicht halten. Ihr könnt Kriege erklären. Ich könnte... Oh Gott, ne. Gegen den habe ich keinen Krieg erklären. Danke. Glaube ich zumindest nicht. Ja, 1200. Selbor plus nochmal 500 Verbündete. Und die Vasallen haben ja auch noch 900, 800. Ne. Die Vasallen müssen ja auch noch einen Blick behalten, wenn man mit einem größeren Herrscher sich anlegt. Mhm. Wobei ich denke, dass den Vasallen das relativ scheißegal ist. Hauptsache die kommt von ihrem größeren Herrscher weg. Fahrzeugtum erobern. Warenmobilie. Ihr erhaltet den umkämpften Titel. Könnt ihr natürlich jetzt versuchen. Kann ich? Kann mein Kriegsregiment... Ich habe keine Belagerungswaffen. Das ist natürlich blöd. Ah, die Herzogtum erobern darf ich nicht. Ich meine... Aber ich darf eine Grafschaft erobern. Ich habe das mit dem Öplinkstum von Warneby. Krieg wurde erklärt. äh, alle Armeen ausheben ich mache noch mal wieder Krieg hier den gebe ich an einen, das landet einfach an einen anderen ab von meinen Leuten erstmal die Armee von IBC unser Champion wurde verwundet, no der fühle ich dir irgendwie an wann kann man eigentlich ein neues Besitztum errichten äh, kannst du das Stammes-Stammes-Dingens nicht Stammes-Regierung nie demnach, du musst feudal sein, damit du es kannst der Verlobte von Vera ist verstorben, what? das ist doch meine Bündnismacht wo seid ihr denn, ihr seid wieder am Arsch der Welt, ne? Niederlage sei es ich bin mit euch nicht schon wieder wo bin ich? Moment, wo bin ich? da bin ich, Zebra mit dem könnte ich hier, da, das sieht gut aus Vorschlag annehmen Ben, wie viel Geld hast denn du? äh, wie viel Geld? 52, warum? ich dachte du hast mehr vielleicht als reicher Herrscher, als großer Herrscher ich habe 0,1 pro Monat kriege ich dazu, ja da kriege ich ja sogar 0,4 mehr aber ich bin doch gerade im Krieg, deswegen liegt es vielleicht daran wieder am Arsch der Welt kommt man hier schnell an viel Geld? äh, Leute die um dich rum sind ausräumen ansonsten kommst du nicht, kommst du generell nicht schnell an viel Geld naja, aber wenn ich einen Räuber aushebe, dann werde ich ja wieder platt gemacht ne Räuber und Armee ist was anderes ich glaube das Beste ist schon noch da oben wie viel haben die denn? die haben gerade mal 300 ne, die kommen wieder in irgendwelche dummen Kriege weil sie keine Verbündeten haben, keine ordentlichen aber doch, die haben schon ein paar Verbündete 1800, Moment, die können wir eigentlich schon nehmen du bist intelligent seid nun leider am Arsch der Welt hier, Vorschlag abschicken ist unverheiratet als Dynastieoberhaupt meine Jüde da muss man erstmal drauf kommen wie lange braucht ihr zum? 11 Monate noch zum Belagern Beute 15 du kriegst glaube ich auch beim normalen Kämpfen Beute sogar wenn du belagerst 11 Monate noch zum Belagern meine Frau ist wieder schwanger also von wegen Keusch die ist halt Keusch und Paranoid und ständig schwanger finde ich gut ob wir einfach nur Keusch dir gegenüber ne anscheinend mir gegenüber ja nicht wo erreichen wir das denn? ja achso mir egal hauptsache sie zählen als meine Nachkommen wird nicht achso und Lösegeld da könnt ihr natürlich noch helfen ein Kerker für 11 Jahre freilassung verhandeln hier oh niemanden in meinem Kerker der einfach nur random hier ist wir können Verbündete in den Krieg rufen brauche ich nicht danke Champions habe ich wenige ja hier an den Hof rekrutieren danke mal wieder ein Champion mehr ich glaube mit meinen Rittern bin ich jetzt aktuell ganz gut gelaufen warum habt ihr eigentlich ne Kuh als Wappen? warum haben Deutsche irgendwie ne Kuh? mein doch Deutsche ne Kuh grad so an der Ostsee klar hier kann man schon mal Kühe halten Vera wird erwachsen kaufmännisches Genie meine erste Tochter hat kaufmännisches Genie? das ist schon besser in meinem Dings ist es nur negativ was für ihn steht auch als Erwachsenen ähm kleiner Hinweis wenn du deine Kinder selber unterrichtest kannst du mehr Einfluss auf ihre Entwicklung nehmen hab ich gemacht aber dafür wenn du selber schlechte Werte hast ich hab dir zum Beispiel jemanden in die Lehre geschickt ähm der sehr sehr gut ähm der sehr gut in Buchhaltung ist und sowas und dadurch hat ich das glaube ich bekommen auch Mensch ich hab ne 90%ige Wahrscheinlichkeit dass mein negativer Komplott funktioniert und ich bin trotzdem schon aufgeflogen ja das ist leider häufiger mal so blöd hab ich mir jemanden gefangen genommen Lösegeld fordern ach jetzt gebt mir doch mal ein bisschen Lösegeld für eure Leute und folter ich die halt oder ich bricht sie hin aha dann habt ihr nämlich Angst vor mir also ja das ist leider häufiger mal so was das denn komplottiert gemeines und eigentlich nur ein Druckmittel rausfinden ja das ist aber ein sehr gemeines Ding entfleucht lispelt erstmal offenbar so wie ich kenne schließe davon oh du wir haben fast 10 ne what der hat eigentlich schon schüchtern unersättlich boah soll es ungeduldig nehmen ähm aber das das nein wie befehle ich eine Armee ich befehle gerne eine Armee ja ja Romeo das kannst du haben ich glaube wir müssen ein Fest mal veranstalten schnell bevor wir hier Sachen wechseln ähm passiert bei euch noch was? jo aber mir ist wieder Stufe 1 Speed Lumi passiert bei dir noch was? ja ja guck mal unten aufs Datum ah jetzt na bei mir läuft es ist auch nur ne ganze Weile aber es ist wieder auf Stufe 1 Geschwindigkeit bei mir ist er auf Stufe 2 ach nö muss auch auf Stufe 2 aber bleibt aber beim Datum gleich gerade Felix hat schon reich ich habe es gerade pausiert wieder bei mir bevor wir wieder Sachen pausieren ja wieder rausgeflogen das ist natürlich nicht so cool wenn das passiert ich habe gerade nen Sohn geboren vor allem läuft es bei dir im Wunder weiter und wir können hier kontrollieren was Sache ist na deswegen war ich wahrscheinlich auch von uns von drei Leuten umringt weil ich nicht sehen konnte was passiert Moment ungültige Anzeigen Moment ungültige Anzeigen da muss der dann wieder auf dem dicken wo wir eigentlich rausgeflogen sind oder? bei mir ist jetzt der 27. April 881 bei mir ist das schon der 25. Mai aber speichert das dann dein Zeitpunkt ab oder? ja klar wenn ich der Host bin speichert das meinen Zeitpunkt ab natürlich dumm wir haben eh schon 10 aber speichert das nochmal ich habe nur kurz noch meine Belagerung beendet was ist das bei dir oder wieviel da? 25. Mai das ist schon 11 Monate drüber das ist irgendwie nicht so cool gebe ich euch recht ich hoffe ich hatte trotzdem Spaß ich hatte eigentlich tatsächlich relativ viel Spaß aber bei mir lief das glaube ich besser und das mit dem Disconnect alles tut blöd ja war ansonsten gar nicht mal so schlecht bis darauf dass es halt hackt ich weiß nicht wie es bei Lumi war ein bisschen öde ein bisschen öde naja ich meine die Sachen die ich halt angeklickt habe da gehen halt alle 2-3 Jahre und viel mehr konnte ich nicht machen also ich bin nicht groß genug um gegen irgendwas um mich um Krieg zu führen und um Bündnisse und keine Ahnung was alles zu machen brauchst du halt Zeit um Komplatte zu schmieden um zu beeinflussen oder Geld zu kriegen aber Lumi ich habe da jetzt das selbe Problem ich bin jetzt ganz klein ich raub jetzt eigentlich quasi gerade die ganze Zeit mal aus und ausrauben geht auch mal hm hm das hatten wir doch vorhin geklärt meine meine ich kann das nicht ich kann das nicht damit wir dann die 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 die